Zwei Brüder, zwei Jungs aus Krefeld. Die Nazis verschleppten ihre Eltern nach Auschwitz. Auf Sicht gestellt überlebten Rolf und Nico Kamp den Krieg in ihrem Versteck in Holland. Fast 80 Jahre später sind sie wieder in Krefeld, wo sie ihre ersten Lebensjahre verbrachten. Den Schülern eines Gymnasiums erzählen sie von ihren Erlebnissen, von der Verfolgung. Früher wäre ein solcher Besuch für sie undenkbar gewesen. Wir waren fünf Jahre in Holland besetzt und für uns war Deutschland ein feindliches Gebiet. Lange Zeit nach dem Krieg hatte ich Angst vor den Polizisten, denn die haben ja unsere Eltern aufgepackt. Die jüdische Familie Kamp hatte ein Geschäft in Krefeld, mitten in der Stadt. Erfolgreiche Unternehmer, angesehene, sozial eingestellte Mitbürger. Doch dann kamen die Repressalien des NS-Staats. In der Pogromnacht brannte auch die Krefelder Synagoge. Am Tag darauf flüchtete Familie Kamp über die niederländische Grenze. Davon erzählen die beiden Brüder den Schülern und vom weiteren Schicksal ihrer Familie, als die Deutschen Holland überfielen. Von diesen sechs Personen sind drei ermöglicht. Mein Vater, Großvater und Großmutter. Und das ist 50 Prozent von der Familie. Sichtlich erschüttert lauschen die Schüler, als Rolf Kamp die Judenverfolgung im besetzten Holland schildert. Wir durften kein Fahrrad mehr haben, nicht schwimmen, nicht fischen, nicht mehr auf der Schule. Und wir müssten einen Stern tragen, da habe ich hier noch einen. Und der musste hier angenäht werden, dass man das nicht einfach abmachen konnte. Aber als Kinder haben wir das nicht so schrecklich gefunden. Die beiden Brüder zählen zu den letzten Zeitzeugen, die davon berichten können. Die Lehrerin ist froh über ihren Besuch. Solange wir noch die Möglichkeit haben, Zeitzeugen einzuladen und dann auch noch so gute und eloquente und überzeugende, das ist natürlich für uns ein Geschenk, wenn sie kommen. Wie prägt eine Kindheit in Todesgefahr einen Menschen, wollen die Schüler wissen. Ich wollte fragen, ob ihre Erfahrungen zur damaligen Zeit in irgendeiner Weise ihre Sicht auf die aktuelle politische Situation jetzt allgemein auf der ganzen Welt auch verändert. Ich glaube, dass wir Europäer nicht genügend tun, um die armen Leute, die herkommen und geflüchtet sind, aus was für einem Grund dann auch, um die gut aufzufangen und zu integrieren. Und auch Rolf Kamp möchte den jungen Leuten noch eine Mahnung auf den Weg geben. Wenn ihr seht, dass etwas die Freiheit wegnehmt oder noch so klein und wieder etwas und wieder etwas, dann müsst ihr wach werden und sagen, hey, etwas ist passiert. Wir müssen hier aufpassen und vielleicht was antun. Es war ihr erster Auftritt vor deutschen Schülern und Rolf und Nico Kamp wollen wiederkommen. Die Brüder, die allein ohne Eltern den Krieg überlebten. viele Jahre nicht, sondern wichtige Gefahr, die wir uns gehen, bis zum Jahr nach dem Weg gehen können. Das ist eine го 로 point ein. Vielen Dank.